Es sind 7,5 Wiener Stunden vorgeschlagen. Die erste Redner- und Rednerinnenrunde im ersten Tagesordnungspunkt, strafrechtliche EU-Anpassung, europäische Staatsanwaltschaft, das werden die Justizsprecher und Justizsprecherinnen der Parteien sein. Die Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für die gesamte Tagesordnung, für die Abgeordneten, die keinem Club angehören, 30 Minuten je Debatte, 5. Wir kommen zur Abstimmung darüber. Wer mit der dargestellten Redezeitvereinbarung einverstanden ist, den bitte ich, ein dementsprechendes Zeichen zu setzen. Das ist jetzt einstimmig der Fall. Wir gehen nun in die Tagesordnung ein und gelangen zum Punkt 1, Bericht des Justizausschusses über die Regierungsvorlage 808 der Beilagen, strafrechtliches EU-Anpassungsgesetz 2021, 859 der Beilagen. Ich darf die Frau Bundesministerin recht herzlich in unserer Mitte begrüßen und das Wort steht beim Abgeordneten Stephan.